Ich glaube, ein wesentlicher Grund, warum ich mich für Peter Thomas Arbeitgeber entschieden habe, war die Branche an sich. Ich finde einfach die Online-Sportwetten- und Glücksspielbranche wird an sich oft belächelt, aber gerade das ist eigentlich das, was das Arbeiten im Controlling bei uns so spannend und abwechslungsreich macht. Ich habe mich für Peter Thomas entschieden nach dem Studium, weil mir der Arbeitgeber gefällt, im Sinne von einem Kollegenzusammenhalt von meinem Aufgabengebiet und ich habe die Abwechslung, die mir geboten worden ist. Ich habe gerade den Sprachkurs angefangen, weil ich gerne Deutsch lernen möchte und die Firma ist sehr hilfreich damit. Ich denke, was Bet at Home anders macht, ist die Möglichkeit, sich selbst entwickeln und sogar neue Dinge zu versuchen und besser zu werden, was du machst. Was man sehr adakt ist, ist die Zusammenhalt zwischen den Kollegen. Wir haben eine ziemlich große Abwechslung, verschiedene Nationalitäten. Bet at Home ist für mich spannend, sportlich und abwechslungsreich. 6. 6. Ch Sidonli.